Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal kein Backvideo, denn diese Woche jährt sich das Erdbeben in der Türkei, in Hatay, der Heimatstadt unserer Eltern, der Stadt in der wir unsere Wurzeln haben. Antakya in der Provinz Hatay war für uns immer besonders und einzigartig. In ihr liegen die Wurzeln und die Entstehung von vielen geschichtlichen, religiösen und kulturellen Ereignissen. Im Internet sind wir auf den Kanal Oase Church gestoßen, in dem so detailreich die religiösen und geschichtlichen Ereignisse in Hatay, insbesondere Antakya und Samanda, dargestellt werden. Dies wollten wir euch nicht vorenthalten und mit freundlicher Genehmigung von Oase Church zeigen wir euch hier einen Teil daraus. Wir sind hier bei der St. Peterskirche in Antiochia und zwar dem Antiochia am Orantes oder auch Antiochia in Syrien. Nicht das heutige Syrien, wir sind zwar hier sehr, sehr nahe an der syrischen Grenze, aber damals war das die Provinz Syrien im Römischen Reich. Es gab 16, 16 Antiochias in der damaligen Zeit. Eines davon können wir auch nachlesen in der Apostelgeschichte, Antiochia in Pisidien, das was auch Paulus auf seinen ersten beiden Missionsreisen besucht hat. Aber wie gesagt, das hier ist Antiochia in Syrien. Und hier entstand die erste nichtjüdische Gruppe von Jesusnachfolgern. Die erste Heidengemeinde, wenn du so möchtest. Die erste Gemeinde von Nichtjuden, also von Jesusgläubigen, die aus dem nichtjüdischen Volk oder Völkern kamen. Die erste Heidengemeinde, die erste Heidengemeinde, Die erste Heidengemeinde, die erste Heidengemeinde, Antakya als Provinzhauptstadt von Hatay ist eine antike Stadt. Die biblische Stadt Antiochien liegt an den Ufern des Flusses Asi, auch als Orontes bekannt. Antakya spielt eine wichtige Rolle für das frühe Christentum, zumal dort auch die Bezeichnung Christen geprägt wurde. Antakya gilt heute als toleranteste Stadt der Türkei. Hatay ist ein Symbol für die Brüderlichkeit, in der die jüdische, christliche und muslimischen Gemeinden, die seit über 2000 Jahren miteinander leben. Die Provinz Hatay gehörte bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum Osmanischen Reich. 1938 wurde in Iskenderun der unabhängige, aber kurzlebige Staat Hatay ausgerufen. Die Provinz Hatay wurde erst nach einer Volksabstimmung Teil der Türkischen Republik. Hatay ist eine der kosmopolitischsten Provinzen der Türkei. Die Bevölkerung setzt sich aus arabischen Christen, orthodoxen und Katholiken, eine armenische sowie eine jüdische Gemeinde zusammen. Die heutige orthodoxe Kirche St. Paul wurde im byzantinischen Baustil als Ersatz für die im Jahr 1872 durch ein Erdbeben zerstörte Kirche wieder erbaut. Das Innere der Kirche ist auf zehn Säulen errichtet und symbolisiert die Zehn-Gebote-Vereinbarung, die Gott dem Propheten Moses gesandt hat. Die zwölf Fenster in der Kuppel der Kirche symbolisieren die Apostel. Die St. Petrus-Höhlenkirche, eine Kirche, die heute als St. Petrus-Grotte bekannt ist, gilt als eines der ersten christlichen Gotteshäuser. Sie waren jedenfalls die ersten, die sich Christen nannten und ihr berühmtester Prophet war Paulus. Abgesehen von dieser alten Kirche befinden sich in Antakya im Viertel von Habib-e-Nedjar-Moschee die katholische Kirche und die jüdische Synagoge. Die Moschee von Habib-e-Nedjar war die erste Moschee in Anatolien und trägt den Namen eines christlichen Märtyrers, einem der ersten Christen von Antiochien. Antiochia hatte damals eine stattliche Anzahl reicher römischer Bürger und zeitweilig residierten dort auch römische Kaiser in der Stadt. Aus den Überresten ihrer Villen haben Archäologen mit die schönsten römischen Fußbodenmosaiken ausgegraben, die man heute besichtigen kann. Das Museum in Antakya rühmt die weltweit umfangreichsten Sammlungen von römischen Mosaiken zu besitzen. In Hattai liegt auch die historische Stadt Samandar, auch als Seleucia Piera bekannt. Während der Römerzeit wurde die Stadt als Flottenstützpunkt und Hafen von Antiochia am Orontes genutzt. Der antike Hafen befand sich an der Mündung des Flusses Asi, der ständig drohte, den Hafen mit dem Alluvium aus dem Gebirge aufzufüllen. Um dies zu verhindern, ließ der römische Kaiser Vespasian im ersten Jahrhundert nach Christus den Vespasianus-Titus-Tunnel errichten. In den Kalksteinfelsen in der Nähe des Tunnels wurden zwölf Felsengräber angelegt, die auf die Römerzeit zurückgehen. Das größte bekannteste davon ist als Beshigli-Höhle bekannt. Im Bezirk Samandar, an den Hängen des Berges Mosa, befindet sich das Dorf Vaköflö. Das vorwiegend von Armeniern bewohnte Dorf unterhält gute Beziehungen zu den benachbarten Dörfern und gilt als das letzte armenische Dorf der Türkei. Die kulturelle Vielfalt trägt immer mehr zur Farbenpracht dieser Region bei. Antakya ist das unentdeckte Paradies unseres Landes. Die Grabstätte des heiligen Hiddur liegt in Samandar am Meer. Der Legende nach ist das der Ort, an dem sich Hazrette Hiddur und Hazrette Moses trafen und es wird traditionell ein- oder dreimal um den heiligen Ort gekreist. Der Mosesbaum liegt im Bezirk Samandar Hatay in Hiddur Bay. Mit seiner majestätisch-natürlichen Schönheit zieht er die Aufmerksamkeit von Besuchern aus dem ganzen Land auf sich. Man glaubt, dass er mit dem Gedeihen des vom Propheten Moses in den Boden gepflanzten Stabes dank des Wassers der Unsterblichkeit gewachsen ist und eine dreitausendjährige Geschichte hat. Die Gruppe der Jesusnachfolger, diese neue Gemeinde wuchs hier in Antiochia und die Gemeinde in Jerusalem sandte einen gewissen Barnabas hierher, um sich um diese neue blühende Gemeinde, diese wunderbaren Jesusnachfolger zu kümmern. Und er konnte sich noch erinnern, da gab es jemanden, nämlich einen gewissen Saulus, Saulus von Tarsus und Barnabas ging nach Tarsus, um Saulus oder Paulus hierher zu holen, um hier gemeinsam die Gemeinde zu betreuen und aufzubauen. Sie waren ungefähr ein Jahr hier und sie gingen auch dann einmal wieder nach Jerusalem, um dorthin Versorgung zu bringen während einer großen Hungersnot. Das haben sie abgeliefert in Jerusalem und wurden dort auch von Petrus, Johannes und Jakobus, wurde ihnen die rechte Hand gegeben und gesagt, wunderbar was ihr macht, macht es weiter so. So, Paulus und Barnabas kamen zurück hierher nach Antiochia, die Gemeinde blühte und der Heilige Geist hat ihnen den Auftrag gegeben und sie wurden ausgesandt, um noch viele andere nichtjüdische Völker, viele andere Nichtjuden und Menschen aus aller Welt das Evangelium zu bringen. Paulus und Barnabas kamen von ihrer Heimatgemeinde, von ihrer Basis in Antiochia, hierher nach Seleuzia, circa 26, 27 Kilometer südwestlich von Antiochia. Und von hier aus hat alles begonnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 hier sind sie hinaus gesegelt in die große weite welt und haben das evangelium gebracht bis nach europa das war auch der anfang von der wahren mission von paulus und der erfüllung der vision oder der mission die gott dem abraham gegeben hat in haran als er gesagt hat durch dich und durch deinen nachkommen sollen alle völker alle nationen gesegnet werden hier ist der start zu all den dingen die wir auch heute als gläubige jesus nachfolger genießen dürfen dadurch sind auch wir kinder gottes geworden durch jesus christus der für alle menschen gestorben ist das ist also auch der start oder der anfang der ersten missionsreise des apostel paulus mit barnabas sie nahmen auch johannes markus mit der sie dann in pamphilien verlassen hat mirusalem zurückgekehrt ist wo seine familie war und sie segelten von hier nach zypern durchquerten zypern und dann gingen sie oder segelten sie weiter in die heutige südliche türkei galazien pamphilien und kehrten dann wieder zurück hierher nach einer erfolgreichen ersten missionsreise die man übrigens nachlesen kann in der apostelgeschichte 13 und 14 wo barnabas und paulus in zypern und im südlichen teil von galazien waren also im südlichen teil von kleinasien kamen sie hierher nach antiochia zurück das war auch ihre basis das war ihr ausgangspunkt für alle ihre missionsreisen und dann kam auch petrus hierher der anfänglich mit den heiden christen also mit den gläubig gewordenen nicht juden gegessen hat und kein problem damit hatte das war ja auch das zeichen dass gott aus allen völkern einen leib vorgesehen hat eine gemeinde eine gruppe aus allen nationen völkern und stemmen dieser welt und dann kamen andere jüdische gläubige hierher die nicht die überzeugung von petrus hatten und nicht mit diesen nicht jüdischen gläubigen den tisch geteilt haben und petrus begann zu heucheln und hat sich zurückgezogen vom essen mit diesen nicht jüdischen gläubigen daraufhin wurde er von paulus scharf konfrontiert das kann man nachlesen im galater 2 besonders die verse 11 bis 14 in dieser zeit zogen viele so genannte judaistische gesetzeslehrer durch die gegend die die menschen überreden wollten dass selbst wenn sie an jesus christus glauben also jesus nachfolgen sich beschneiden lassen müssen nach dem gesetz des mose im alten testament daraufhin zogen paulus und barnabas nach jerusalem um dort mit den aposteln zu sprechen das führte zum sogenannten konzil in jerusalem oder auch die apostelversammlung wie es in der apostelgeschichte 15 abgedruckt und beschrieben ist es kam dort zu einer vereinbarung es wurde klar festgelegt dass den gläubigen aus den heidenvölkern nichts weiteres auferlegt ist außer sich von unzucht fernzuhalten und kein blut zu essen ansonsten war von diesem moment an kristall klar dass das evangelium von jesus christus alleine ohne zu tun die gesetze des alten bundes ausreichend war unmittelbar vor der zweiten missionsreise des paulus gab es einen disput zwischen ihm und barabbas und zwar genau wegen diesem johannes markus der sie in pamphylien verlassen hatte und zurück nach jerusalem gegangen ist und paulus war der meinung dieser johannes markus war nicht bereit für eine weitere missionsreise barabbas hingegen hat ihn mitgenommen hat gesagt ja ich werde ihn aufrichten ich bin ja der sohn der ermutigung so heißt ja barabbas und sie zogen barabbas und johannes markus wieder nach zypern mehr ist davon nicht geschrieben zumindest in der apostelgeschichte nicht und paulus namens silas auf seine zweite missionsreise und sie zogen landeinwärts also über den landweg wieder nach klein asien und wir sehen auch dass paulus später sich mit johannes markus wieder wunderbar verstanden hat und er ein richtiger mann geworden ist ein starker mann gottes geworden ist der für auch der auch für paulus extrem brauchbar war und nützlich für seinen dienst war und wir sehen also dass gott auch menschen verwenden kann die nicht immer gleicher meinung sind wo es dispute gibt wo es meinungsunterschiede gibt und beide waren der gnade gottes anbefohlen beide haben gedient in gottes kraft und gnade sowohl barabbas wie paulus und oft verwendet uns gott in unterschiedlicher art und weise auch mit unterschiedlichen menschen aber wir sehen wie das evangelium sich von diesem zeitpunkt ausgebreitet hat paulus kam auf seiner zweiten missionsreise er hatte eine vision und kam hinüber nach mazedonien nach griechenland also das evangelium verbreitet sich bis nach europa dann die dritte missionsreise da intensivierte sich das ganze noch er verbrachte auch dann mehr zeit an bestimmten orten und er kam schließlich bis nach rom als das evangelium verbreitet sich von jerusalem judea samarien und bis an die grenzen der erde wie es jesus aufgetragen und versprochen hat und wie es gott dem abraham gesagt hat durch dich werden gesegnet alle völker dieser welt antarkia als provinz hauptstadt von hatai war im syrisch türkischen grenzgebiet noch von großer bedeutung und unterschied sich in ihrer bevölkerungs zusammensetzung bis zuletzt von allen anderen städten in der modernen türkei in ihrer langen geschichte hat die stadt die direkt auf der verwerfung liegt an der sich die eurasische mit der arabischen erdplatte reibt schon etliche verheerende beben erlebt wurde aber angesichts ihrer überragenden bedeutung immer wieder aufgebaut nach dem beben war alles weg die berühmte habibene jarmoschee die erste in anatolien gebaute moschee überhaupt ist zerstört die synagoge ist verschwunden und auch die kirchen sind zusammengebrochen nicht nur die altstadt von antarkia ist komplett zerstört sondern in ganz hatai sind alte gassen alte viertel mit viel kultur und geschichte verschwunden ob antarkia eines der ältesten städte der türkei sich auch noch nach dem verheerenden beben vor einem jahr jemals wieder erholen wird ist allerdings fraglich der besondere geist der stadt wird wohl für immer verloren sein das erdbeben hat so viele menschenleben gekostet es hat komplette familien ausgelöscht das erfüllt uns mit einer unendlichen trauer nicht weil món mmm ja